Ja hallo und herzlich willkommen zur Payback 2016 Preview. Payback 2016 findet ihr am 01.05.2016 in der Allstate Arena in Chicago, Illinois. Also eine smarte Crowd können wir erwarten in Chicago. Und diese Show können wir uns auf dem WWE Network anschauen. Live um 2 Uhr morgens geht es los, bis 5 Uhr morgens, also 3 Stunden geht es. Und es ist der erste Pay-Per-View nach WrestleMania. Es ist schon krass, wenn man sagen muss, dass Payback der erste Pay-Per-View nach WrestleMania ist, weil es ja eigentlich immer Extreme Rules war. Bitte dafür noch Backlash. Kennt man ja alles. Jetzt Payback hat man ja ein bisschen getauscht, finde ich gar nicht so schlecht. Und was ich an dieser Card auch loben kann, muss man sagen, dass es eigentlich, wenn ich jetzt so sehe, alles frische Ansetzung ist, außer das Pre-Show-Match. Was ich sehr, sehr cool finde, muss ich sagen, weil das quasi die nötige Abwechslung gibt, kann man ja sagen, weil es fällt auf, dass bei WrestleMania oder nach WrestleMania die Pay-Per-Views immer die Rematches haben. Und hier gibt es eigentlich so ziemlich fast kein Rematch, außer das US-Title-Match, was ja sowieso in der Kick-Off-Show ist. Also es ist ja eigentlich unwichtig. Und was man auch natürlich ankündigen kann, bevor wirklich mit dieser Pre-View losgeht, kann ich ganz kurz ankündigen. Ich werde diesen Pay-Per-View live schauen, wenn alles gut klappt. Nicht, wenn ich verpenne oder so, dann wird es natürlich nichts draus. Aber ich denke, das wird wie immer eigentlich klappen. Und es werden zwei Reviews kommen. Das habe ich ja schon mal im Ankündigungsvideo gesagt, wo ich ja den Podcast eröffnet habe. Das werde ich aber nochmal hier nochmal ganz kurz erklären, damit es halt quasi irgendwann Routine ist, damit es halt jeder wirklich versteht. Also jetzt nicht in den Kommentaren schreiben, wenn ich meine Reviews lese, warum machst du zwei Reviews, macht ja keinen Sinn. Einfach die beiden Videos anschauen. Sowohl hier das, als auch das Ankündigungsvideo. Da habe ich es ja genauer erklärt. Also ich werde auf die Kommentare jetzt nicht reagieren, weil man sollte sich schon das Video anschauen, dann versteht man es einfach. Genau. Und zwar ist es so, dass ich nach dem Pay-Per-View wie gewohnt die Live-Review mache, die ich ja schon seit knapp einem Jahr schon mache. Muss ich sagen, die Live-Reviews, natürlich gab es auch zwischendurch Unterbrechungen, wie es ja bei Summerslam der Fall war, wo ich das ja nicht live geguckt habe, weil ich ja im Urlaub war. Wird ja dieses Jahr auch der Fall sein, wo es wieder eine Unterbrechung geben wird, und zwar Battleground. Die werde ich nicht live sehen, weil ich halt im Urlaub bin. Ich werde sie wahrscheinlich live sehen, aber ich werde darauf keine Review direkt machen, weil ich halt im Urlaub bin, wie ich schon erwähnt habe. Aber dazu wird später ein Video kommen. Das ist ja noch lange hin. Solange gibt es ja immer noch weiterhin Live-Reviews. Und die wird es immer direkt nach dem Pay-Per-View kommen. Also knapp, ja, Viertel nach Fünf nehme ich die mal direkt auf. Kann man ja sagen. Genau. Ich merke schon wieder, ich sage das wieder sehr, sehr oft. Und das wird auch wahrscheinlich wieder passieren. Auf jeden Fall, Viertel nach Fünf nehme ich das Jahr auf, mache die Review ganz normal und bearbeite dann. Dann versuche ich, die um 14 Uhr hochzuladen, wenn es klappt. Natürlich, wenn es geht, früher. Wenn halt nicht, dann halt später. Je nachdem, wie es halt klappt. Und dann wird es eine Podcast-Review kommen, wo ich mit dem Team quasi die Review mache. Also wie gewohnt immer zwei Reviews, kann man ja sagen. Was ja eigentlich schon immer der Fall war, seitdem es AllAbout.de gibt. Habe ich es ja auch so gemacht, dass auf meinem Kanal halt die Live-Review war. Und beim AllAbout.de, beim AllAbout.de war ja gewohnt die Podcast-Review. Und das wird hier der Fall sein. Einfach nur auf meinem eigenen Kanal. Also so wie halt immer. Weil da halt ein bisschen andere Meinung ist. Bei dem Podcast habe ich jetzt nicht so viele Emotionen wie bei der Live-Review. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz cool. Genau. So viel dazu. Und ich würde mal sagen, Entschuldigung, ich bin jetzt mit dem Mikro gekommen. Fangen wir direkt an mit der Preview. Und zwar, fangen wir direkt mit dem Kick-Off-Show-Match an. Und zwar Kalisto gegen Ryback. Das US-Title-Match bei WrestleMania. Gab es ja schon dieses Match, wie ich schon erwähnt habe. Jetzt ist es quasi das Rematch. Ich muss sagen, ich werde dieses Match auch nicht gucken, weil ich die Kick-Off-Show gar nicht gucken werde. Da werde ich noch pennen. Deshalb, ja. Interessiert mich das Match nicht so krass. Ich hoffe aber dennoch, dass Kalisto gewinnt, weil ich will Ryback nicht als US-Champ sehen. Und dann soll Kalisto endlich mal geile Fäden bekommen. Keine Ahnung, mit Zinkara wäre eine coole Fäde. Oder Baron Corbin wäre keine schlechte Option. Kann man machen. Oder Ja. Das ist natürlich schon eine gute Auswahl. Die machen das. Oder Chris Jericho kann man auch mal packen. Chris Jericho gegen Kalisto. Also wäre auch eine coole Fäde. Also gibt es natürlich neue Arten, die man machen kann. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Kalisto hier dieses Match gewinnt. Und wenn ich aufstehe, dann hoffe ich es auch, dass es passiert. Genau. Dann gehen wir direkt in die Main-Show und fangen mit dem ersten Match an. Und zwar Baron Corbin gegen Dolph Ziggler. Es ist quasi das erste Singles-Pay-Per-View-Match für Baron Corbin. Und zwar hatte er bei Wrestlemania quasi ein Debüt gehabt. Hatte die andere im The Giant Memorial Battle Royale gewonnen. Und dann bei der Raw-Nacht-Mania hatte er ein Match gegen Dolph Ziggler. Es war quasi ein Debüt-Match. Dieses Match endete via Countout und jetzt haben sie sich immer wieder mal attackiert. Mehrfach Baron Corbin. Baron Corbin hat mehrfach Dolph Ziggler dominiert. Bei der letzten Raw hat Dolph Ziggler Baron Corbin attackiert, kann man ausdrücken. Und ja, auf jeden Fall eine schöne kleine Fede, Mid-Cut-Fede kann man ja sagen. Ich sollte mal aufhören, so oft das zu erwähnen. Meine Güte. Das sage ich echt viel zu hoffen. Das ist mir sehr häufig jetzt gerade aufgefallen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich versuche es zu mindern. Auf jeden Fall, Baron Corbin soll dieses Match gewinnen, weil er halt quasi im Main-Roster ist und er den Sieg dringend benötigt. Bei Dolph Ziggler ist leider der Zug abgefahren. Er ist natürlich super und auch vom Gesamtpaket her besser als Baron Corbin. Jedoch ist der Zug abgefahren seit Jahren. Leider, man hat aus ihm nicht viel gemacht und Baron Corbin ist gerade frisch im Main-Roster und den muss man schon ein bisschen pushen. Ich finde Baron Corbin auch gar nicht so schlecht. Natürlich ist er noch grün hinter den Ohren, der muss sich noch verbessern, aber in der aktuellen Rolle bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit ihm. Deshalb habe ich auch kein Problem mit ihm und ich hoffe, er kriegt oder behält seinen Charakter als Lone Wolf, weil dieser Lone Wolf-Charakter mag ich eigentlich, muss ich sagen. Bei NXT fand ich diesen Charakter cool, nur er war halt in Ring-Technik nicht so der Beste. Der Beste ist immer noch nicht ganz gut, aber man merkt schon bei ihm die Verbesserung. Deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass Baron Corbin hier gewinnt. Kommen wir noch zu einem Segment, was ja auch angekündigt wurde bei der letzten Raw und zwar wird Vince McMahon vor Ort sein und bekannt geben, wer die endgültige Kontrolle von Raw kriegen wird. Entweder Stephanie McMahon oder Shane McMahon. Und da bin ich mal gespannt, wie das passieren wird. Ich befürchte das Worst-Case-Senario, zumindest für mich, zumindest wo ich mir denke, ja, das könnte wahrscheinlich sogar passieren, was ich nicht will. Und zwar, dass Shane Raw kriegt, Stephanie McMahon Smackdown und dann wahrscheinlich ein Roster-Split kommen wird. Und jeder kennt mich und jeder, der meine Videos schaut, weiß, was ich vom Roster-Split halte. Deshalb werde ich hier dieses Thema nicht ganz krass aufgreifen, weil ich möchte jetzt nicht so sagen, ah, ich bin gegen Roster-Split, bla bla bla, das will ich jetzt nicht sagen. Ihr wisst meine Meinung dazu, für die, die es nicht wissen, ich habe ein paar Videos dazu gemacht, da könnt ihr euch das genauer anschauen. Auf jeden Fall, ja, dass Shane die ganze Zeit Kontrolle gekriegt hat, hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Das hat einfach keinen Sinn gemacht, weil er hat das Match gegen Taker verloren und damit soll er einfach nicht die Kontrolle kriegen. Natürlich waren die Raw's gut, aber man hätte einfach dieses Match nicht ansetzen dürfen. Dann wäre ich, glaube ich, zufrieden gewesen. Oder Shane hätte das Match gewonnen oder es gibt irgendeinen Screwjob oder so aus der Art, dann hätte man es auch machen können. Auf jeden Fall, die Ansetzung Anna Taker gegen Shane McMahon hatte ja sowieso keinen Sinn ergeben und durch die ganzen Raw-Kontrollen war dieses Match einfach nur wertlos. Was für mich sehr, sehr traurig ist, gerade als großer Taker-Fan. Aber gut, ich denke, ja, ich weiß gar nicht, wie das geregelt wird. Vielleicht kann es ja so sein, dass Shane und Stephanie immer abwechselnd die Raw's leiten dürfen oder dass Shane wirklich die endgültige Kontrolle kriegt oder dass Shane oder dass Stephanie die endgültige Kontrolle gibt. Vielleicht gibt es auch die dritte Möglichkeit, die ich mir eventuell denken könnte und zwar wird es ein Match bei Money in the Bank geben. Bitte so, nicht bei Money in the Bank, sondern bei Extreme Rules. Ich bin schon ein bisschen zu weit gesprungen. Bei Payback und nach dem Money in the Bank, da war ich noch in dem Gedanke, nein, auf jeden Fall bei Extreme Rules vielleicht so ein Match, wo es halt um die Kontrolle von Raw geht noch einmal, wo dann Shane einen Repräsentanten hat, Stephanie McMahon einen Repräsentanten und dann der Gewinner darf halt Raw endgültig leiten. Das wäre zum Beispiel eine Option, auf jeden Fall kein Roster Split. So, habe ich jetzt auch mal gesagt. So viel dazu, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Segment und ich bin mal gespannt, wie man das letztendlich löht. Ich hoffe auf ein gutes Szenario und kein Worst Case Szenario in dem Fall. Dann gehen wir direkt weiter zum WWE Tag Team Number One Contenders Tournament Final und zwar zwischen Anzo und Cass oder Anzo Amor und Colin Cassidy gegen die World Williams, Aiden English und Simon Gotch. Auch für die beiden ist es quasi ihr erstes Pay-Per-View Match. Beziehungsweise für die ist es das erste Pay-Per-View Match. Sparencom hat ja schon ein Pay-Per-View Match gehabt. Aber Colin Cassidy, Anzo Amor und die World Williams hatten ja noch kein einziges Pay-Per-View Match. Die waren ja lediglich, okay Anzo kann man sagen Roadblock, aber Roadblock ist ja kein Pay-Per-View. Das muss man auch noch ganz klar sagen. Auf jeden Fall, die beiden treten aufeinander und ich finde, es ist echt mal cool gemacht, dieses Tournament, fand ich sehr cool gemacht, diese Idee, dieses Tournament zu machen, quasi hier das Finale zu machen, ist keine schlechte Idee. Ich hätte es mir natürlich auch gewünscht, wenn es bei der Raw gemacht wird und dann quasi beim Pay-Per-View quasi das Tag Team Title Match, denn New Day wird den Titel hier nicht verteidigen. Das ist übrigens das einzige Titel Match, was, oder der einzige Titel, der nicht auf dem Spiel steht bei diesem Pay-Per-View. Auch mal sehr interessant, seit langer Zeit, nee Moment, bei Restmatch stand auch nicht auf dem Spiel. Vergiss das, das war eine dumme Aussage. Auf jeden Fall, auch eine sehr interessante Paarung und ich glaube, dass die World Williams hier gewinnen, weil ich nicht denke, dass die WWE direkt Enzo und Cass gegen die, ähm, ja, gegen New Day stellt. Das glaube ich eher weniger. Ich glaube eher weniger, oder ich glaube eher mehr, dass die World Williams gewinnen und dann das Match gegen New Day haben, also Kofi, Big E und Xavier Woods. Ich würde mal sagen, dass die Dudley Boys Enzo und Cass attackieren werden, den Sieg kosten werden und dann wird es denke ich mal die Fede Dudley Boys gegen Enzo und Cass geben und dann halt World Williams gegen New Day. Ich denke, dass die Fede dann so aussehen wird, dass halt Colin Cass und Enzo halt die Fede gegen die Dudleys gewinnen, dadurch noch mehr overkommen und die World Williams werden auch wahrscheinlich die Fede hoffentlich gegen New Day verlieren, also nicht die Titles gewinnen, weil ich New Day weiterhin noch als Champion sehen möchte und dann vielleicht irgendwann die Paarung, vielleicht für den SummerSlam wäre ganz cool, Enzo und Cass gegen New Day, weil ich glaube, wenn man es aktuell jetzt machen würde, kann man die jetzt schon ein bisschen zerstören und wenn halt Enzo und Cass ein bisschen etablierter sind, quasi sehr, sehr over sind, das machen sie momentan sehr, sehr gut, dass sie halt diese Catchphrase, mein Name ist Enzo Amorin, I am und dann SAWFT Swarved, also finde ich sehr, sehr gut, dass sie es sehr, sehr prägnant machen, dass es auch quasi den Köpfen der Fans auch bleibt und dass dann, wenn jetzt immer Enzo den Entrance macht, dass die Crowd dann auch immer mitmacht, weil das braucht schon ein bisschen Zeit, das zu machen, bei einer NXT Crowd brauchst du es nicht lang zu machen, die wissen das irgendwann und dann geht da schon eine Ratze fast, das hat man ja auch gesehen, wie over die einfach bei NXT waren und das machen wir momentan sehr, 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 sehr gut, man hat natürlich auch ein bisschen das Glück gehabt, dass die auch relativ smarte Crowds hatten, gerade mit der Raw nach Mania und dann die Raw in London, hat es natürlich sehr, sehr gut gepasst und das wirkt schon ein bisschen auf die anderen Crowds, kann man sagen, wenn man so die Leute overbringt, deshalb bin ich sehr zufrieden, wenn man aktuell mit Enzo und Cass umgeht und ja, deshalb hoffe ich auf jeden Fall, dass Enzo und Cass vielleicht beim SummerSang gegen New Day antritt und dann Enzo und Cass die Titel gewinnen und die World Villains, ja, hoffe ich mal, dass sie nicht in der Versenkung verschwinden, weil wenn die sind ein bisschen interessanteren Charakter kriegen, können sie gut sein, weil sie in Ring-technisch ja gut sind, aber Mike finde ich auch nicht schlecht, ich fand Aiden English Gesang bei der Raw super, also, da muss ich schon schmunzeln, wo er halt wie er das WWE World Tag Team Championship fand ich ziemlich geil, muss ich sagen, von Aiden English, er hat ja auch damals mal ein Gimmick gehabt, wo er gesungen hat, also, er kann singen und das kann er auch gut und das fand ich auch super, deshalb bin ich mal gespannt, wie ich es da ausnehme, denn auf jeden Fall denke ich, dass die World Villains hier, wie gesagt, gewinnen. Gehen wir direkt weiter und zwar zu einem Singles Match und zwar Chris Jericho gegen Dean Ambrose, die Verte hat ja damit begonnen, dass Dean Ambrose quasi das Highlight Reel Takeover gemacht hat. Ist das ein Satz? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, Dean Ambrose hat quasi das Ambrose Asylum gemacht, statt es den Highlight Reel von Chris Jericho gab und da war natürlich Chris Jericho angepisst, darauf gab es eine Fede und man kann sagen, dass eigentlich, ja, ich weiß nicht, also, die Fede ist gar nicht so schwach. Ich finde sie auch cool von der Idee her, wie man es auch angefangen hat, aber ich finde irgendwie, dass Dean Ambrose teilweise echt dumm dargestellt wird, wie bei der Raw, muss ich sagen. Ein Beispiel ist einfach, Dean Ambrose fordert Chris Jericho raus, Chris Jericho kommt raus, gibt es ein Pro-Modell und dann attackiert Dean Ambrose Chris Jericho und dann dominiert Chris Jericho am Ende und das fand ich nicht so gut gemacht. Er hat mich jetzt nicht krass gestört, das muss ich auch ganz klar sagen, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass Dean Ambrose hier das Match gewinnt, dass er endlich mal wieder einen Paperview-Sieg bekommt, weil er hat, sehr, sehr viel einstecken müssen, auch ein paar Liederlagen einstecken wurde und teilweise auch ein bisschen blöd dargestellt wurde, aber ich bin wie gesagt großer Ambrose-Fan, also ich mag Ambrose sehr, also ich bin jetzt kein krasser Ambrose-Fan, aber ich mag Ambrose sehr und ich hoffe, dass er mal einen Paperview-Sieg bekommt und dann vielleicht auch mal weiterhin in der Uppercut bleibt, vielleicht auch irgendwann mal ein Main-Eventer wird, das hätte er sich auf jeden Fall verdient. Chris Jericho, wie gesagt, darum Leute over zu bringen, natürlich bei WrestleMania, ja gut, darüber wollen wir lieber nicht sprechen, das war, wie ich schon erwähnt habe, mal die komischste oder seltsamste WrestleMania, die ich jemals live gesehen habe, also WrestleMania 32 war so seltsam, das ist unglaublich, also da habe ich keine Worte für, auf jeden Fall, wie gesagt, Dean Ambrose gewinnt dieses Match, die Fede war okay, war jetzt nicht was krasses, aber wie gesagt, war okay. Gehen wir direkt zum nächsten Match und das Match und das Match, na nicht, na, soll ich ihn jetzt ansprechen? Ne, machen wir als vorletztes, machen wir als vorletztes, ich will jetzt zum IC-Title-Match kommen und zwar Demis Versus Cesaro, Demis hat ja den Titel bei der Raw nach Mania gewonnen, nachdem Zack Ryder den Titel ja bei WrestleMania gewonnen hat in dem Leitermatch und dann bei der Raw nach Mania hat ja Demis den Titel geholt und seitdem trägt er quasi den Titel und Cesaro hat ja den Number One Contendership um den IC-Title gewonnen, indem er in der darauffolgenden Woche, Moment, es war so, ich glaube eine Woche nach der Raw nach Mania war es ja so, dass Cesaro das Match gegen Kevin Owens gewonnen hat und dadurch Number One Contender um den IC-Title wurde, dann hat man es ein bisschen aufgebaut, fand ich auch cool gemacht teilweise, ich finde Demis Charakter gar nicht so schlecht, natürlich wie man es mit dem Titel da in der Zeit von WrestleMania gemacht hat, war natürlich scheiße, muss ich ganz klar sagen und ich bin jetzt auch ein krasser Mist-Fan, ich mag natürlich Cesaro sehr, sehr gerne und ich mag Cesaro und ich finde es auch super, dass er eine Chance auf den Titel bekommt und ich hoffe auch, dass er den Titel auch gewinnt, ich wünsche mir, dass Cesaro diesen Titel gewinnt, das Match denke ich mal wird auch ganz gut werden, weil Demis ja zwar nicht so gut ist wie Cesaro, aber er kann sich ziehen lassen, das kann er auf jeden Fall, so ähnlich wie ein John Cena halt, kann man ja erwähnen und wie gesagt, Cesaro wird dieses Match hoffentlich gewinnen, wir Cesaro Swing anschließenden unzähligen Uppercuts und dann der Neutralizer gewinne den Titel, hat dann auch wieder mal einen Singles Titel, trägt ihn für eine Leine, Weile und macht ihn noch ein bisschen prestigeträchtiger, was ich sehr, sehr hoffe, aber wir werden sehen, wie es passieren wird, auf jeden Fall wird Cesaro hier hoffentlich dieses Match gewinnen, das ist auf jeden Fall mein Tipp, Demis, ich finde seinen Charakter nicht schlecht, so mit diesem Hollywood Teil und dann mit Maryse, passt er nicht sehr, sehr gut, muss ich so sagen und von daher denke ich, wie gesagt, dass Cesaro dieses Match gewinnen wird, gehen wir direkt zum nächsten Match und zwar das WWE Women's Title Match zwischen Charlotte und Natalia, die Fäde muss ich sagen, finde ich jetzt, ja, ist okay, also, es gibt bessere Fäden, es gibt schlechtere Fäden, aber wie gesagt, die Fäde ist okay, stört mich jetzt nicht krass, ich finde die Matchansatzung auch gar nicht schlecht, weil Charlotte ist super im Ring, Natalia ist super im Ring und wenn zwei super im Ring ist, kann man sie auch in der Match stellen und das kann man ja auch hier in diesem Fall machen mit Charlotte und Natalia und bei Charlotte ist an der Seite Ric Flair und bei Natalia ist an der Seite Bret Hart, Bret Hart mal wieder am Start nach dem, ich glaube sogar sein erster WWE-Auftritt nach seinem Prostatakrebs, er hat ja Prostatakrebs, ist jetzt komisch auszusprechen, Prostatakrebs, was natürlich eine schlimme Krankheit ist, hat er besiegt, Gott sei Dank und wir sehen ihn zum ersten Mal, freut mich natürlich ihn zu sehen, weil Bret Hart ist super, ich mag ihn ja und das ist ja quasi das Match und die Ansetzung ist ja eigentlich fast das gleiche wie bei NXT TakeOver, der einzige Unterschied, was da ist, anderer Platz, denn wir sind nicht in der Full Sail University, wir sind in der Allstate Arena und es ist nicht der NXT Women's Title, es ist der WWE Women's Title, also es gibt gewisse Parallelen, es gibt nur diese zwei Unterschiede, sonst ist es eigentlich fast gleich und ich glaube, es wird auch ein super Match, ich hoffe, die kriegen natürlich ordentlich Zeit, Viertelstunde wäre super oder auch 20 Minuten, damit wäre ich sehr, sehr zufrieden, weil sie es einfach verdient haben und sie können aus dieser Zeit ein super Match worken, das hat man bei NXT gesehen, das hat man bei Roadblock gesehen, das hat man auch bei teilweise den Matches, die sie ja auch in der Woche hatten, auch gesehen, auch wenn ich sagen muss, das muss ich sagen, das ist doch mein Kritikpunkt, Charlotte wurde teilweise echt dumm dargestellt, dass sie da zweimal tappen musste, gerade bei diesem Match da, wo die getappt hat und Ric Flair dazu kam, wo ich mir denke, ja, sie hat getappt, wenn die tappt hat, dann scheißegal, was Ric Flair in dem Zeitpunkt macht, die hat getappt, fertig, Titelwechsel, oder man macht dieses Tappen nicht, sie versucht einfach, nicht zu tappen und die hat dann zwei Wochen hintereinander getappt, was eigentlich sie dumm darstellen lässt, finde ich nicht gut, muss ich kritisieren, in dem Fall, ich denke aber auch, dass hier, wie gesagt, aber auch Charlotte verteidigen wird, ich sehe jetzt keinen Grund, dass Natalia den Titel gewinnt, ich gönne natürlich Natalia mal, dass sie mal diesen Titel gewinnt, aber aus aktueller Sicht, denke ich mal nicht, dass Charlotte diesen Titel verlieren wird, sie wird weiterhin die einzige, neue WWE Women's Championist sein, natürlich, ich weiß, den Titel gab es schon mal, aber das ist ja eine andere Version, oder ein anderer Women's Title, als der von damals, von daher, muss man das ein bisschen differenzieren, und daher wird Charlotte weiterhin diesen Titel behalten und auch verteidigen, jetzt kommen schon langsam die kleinen Versprecher, aber na gut, ist ja egal, das macht den Podcast ja aus, komische Überleitung, ja, auf jeden Fall wird das ein super Match, Viertelstunde, wäre ich glücklich und Charlotte verteidigt via Figure 8 und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass bald Ric Flair weg ist, weil das geht mir so auf den Sack, dass er ständig die Matches von Charlotte eingreift, weil das Charlotte einfach schwach aussehen lässt, kann sie nicht mal Matches alleine gewinnen, ohne Hilfe von Ric Flair, wäre super, das hat mich schon bei WrestleMania gestört, es war ein super Match, 4,25 Sterne das Match für mich, jedoch, der Eingriff von Ric Flair war das, was mich so stark gestört hat, hätte Charlotte so gewonnen, hätte ich mich nicht beschwert, hätte ich mich nicht beschwert, ja super, scheinbar natürlich, dass Sasha Banks nicht gewonnen hat, Charlotte ist aber auch okay, aber dieser Eingriff, der stört mich, und ich hoffe, dass es keinen Eingriff gibt, ich weiß, dass es diesen Eingriff geben wird, natürlich wird Bret Hart auch eine Rolle spielen, dass die beide ein bisschen attackieren werden, aber wenn man das, finde ich, so macht, wie bei NXT TakeOver, ja doch, hier ist ja nur TakeOver, TakeOver machen würde, wäre ich zufrieden, wäre ich zufrieden, wenn man so ein wenig macht, wo wieder Ric Flair eingreift, wo Bret Hart nicht eingreift, wäre ich zufrieden, aber wir werden ja sehen, was passiert, anything is, anything can happen in der WWE, spätestens seit WrestleMania 32, kann man wissen, es kann alles passieren, gut, gehen wir nun zum vorletzten Match, und das Match wollte ich schon vorher ansprechen, das machen wir aber jetzt, und zwar das Singles Match, Sami Zayn, gegen, Kevin, Owens, ja, natürlich die Indie Fans hier von euch, oder die, sehr, sehr lange Indie Fans kommen, denke ich mal, ist so ein Match, worauf sich so viele freuen, dass dieses Match mal in der WWE gibt, was mich nur stört, ist eine Sache, das ist eine ganz kleine Sache, und das ist natürlich Meckern auf höchstem Niveau, warum gibt es dieses Match nicht bei WrestleMania, warum, warum gibt es dieses Match nicht bei WrestleMania, das wäre so ein geiles WrestleMania Match gewesen, und da kann man eine Trilogie aufgauen, das ist für mich momentan die größte Rivalität aktuell in der WWE, Sami Zayn gegen Kevin Owens, diese Fede, oder diese Rivalität, die gibt es seit 6 Jahren, 6,5 Jahren fast, 6,5 Jahren, bei Arrow Age hat das angefangen, bei Final Battle 2009, hat diese Rivalität angefangen, und die geht bis heute, es gab natürlich von 2012 bis 2014 die Unterbrechung, klar, jedoch, jedoch ging sie, oder beziehungsweise 2013 bis 2014 ungefähr, weil 2012 endete ja quasi der erste Abschnitt, das ist quasi der zweite Abschnitt der Rivalität, und von daher, ich freue mich auf dieses Match, man hat es auch richtig geil aufgebaut, muss ich sagen, also für mich der beste Aufbau für diesen Pay-Per-View, und gerade bei Raw dieser Promoclip, unglaublich gut, richtig guter Clip, wo man einfach die Fede erklärt hat, wo man die Vergangenheit aufgegriffen hat, wo man auf so viele Details angegangen sind, dass sie Freunde waren, dass sie bei NXT waren, all diese ganzen kleinen Details, das war super, das war super, da kann ich einfach nur loben, und solche Videos helfen einer Fede, das hat bei NXT immer funktioniert, wenn man solche Videos gebracht hat, das hat die Fede so immer geholfen, und das hat einfach mehr Hype erzeugt, und ich war auf dieses Match schon gehypt, aber durch dieses Video, wurde ich noch mehr gehypt, und das ist super, wenn man solche Videos macht, wo man einfach quasi, vielleicht mit Kevin Owens mitfühlt, wo man mit Sami Zayn mitfühlt, wo man einfach gewisse Emotionen mit denen aufbaut, und solche Videos haben mir damit bewirkt, und das ist einfach super, ich kann es einfach nur loben, klasse Arbeit in dem Sinne der WWE, nur schade ist es nicht für WrestleMania, aber wenn man jetzt sagen will, nein, für WrestleMania wäre es zu früh gewesen, warum zu früh? Warum zu früh? Es wäre super, wenn man ein IC-Title-Match macht, gab es das schon in der Vergangenheit, ich sage nur Rock gegen Austin, einer der größten Fäden aller Zeiten, war auch ein IC-Title-Match, ihr erstes. Zum Beispiel, das erste Match war nicht bei WrestleMania, das gab es schon vorher ein Match, und das kann man hier genauso machen, dass man einfach relativ frühe Matches macht, relativ frühe Match-Ansetzungen, und das Ding ist auch noch, die Rivalität geht schon so lange, die geht schon seit 2009, und bei NXT schon seit 2014, die gibt es schon, die gibt es schon, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon. Aber von daher, wie gesagt, das ist ja Mecker noch auf hohem Niveau, wie gesagt, das stört mich schon, dass es bei WrestleMania nicht gab, ich hoffe natürlich nächstes Jahr oder bald, also ein WrestleMania-Match zwischen den beiden, das will ich noch sehen. Auf jeden Fall, das Match wird super, kann ich von den beiden erwarten, der Sieger ist schwer. Muss ich sagen, man kann Kevin Owens nicht verlieren lassen, man kann Sami Zayn auch nicht wirklich verlieren lassen. Bei WrestleMania ist es eine andere Sache, da muss es einen Sieger geben hier, aber kann man beide nicht schwach aussehen lassen, finde ich. Deshalb hoffe ich, dass es hier einen No-Contest gibt, wo es keinen Sieger gibt, damit die Rivalität auch weitergeht, dass man vielleicht eine kleine Pause macht, in dem Fall, dass dann Sami Zayn und Kevin Owens erstmal getrennte Wege gehen, und dann nicht wieder aufeinandertreffen und dann wieder fighten, das wäre super und das, denke ich mal, muss man auch so machen, um die Rivalität einfach mal mit kleinen Pausen dann immer weiterzusetzen, also quasi die Trilogie aufzubauen. Wäre auf jeden Fall super und ich freue mich auf dieses Match sehr, sehr stark. Das Match ist das Match, worauf ich mich auf, nee, worauf ich mich am meisten freue. Genau. So würde ich das ausdrücken. Gehen wir jetzt direkt zum Main Event. Und zwar, äh, ja genau, nochmal zurück, Singles Match, No Contest. Das tippe ich bei Kevin Owens gegen Sami Zayn. Aber jetzt zum Main Event, und zwar das WWE World Heavyweight Title Match zwischen Roman Reigns und AJ Styles, the phenomenal one. Ja. Das Match, würde ich sagen, wird gut sein. Das tippe ich auch, weil es einfach AJ Styles ist. AJ Styles wird, denke ich mal, aus Roman Reigns ein gutes Match rausholen, bin ich mir sicher. Und das Match, denke ich mal, wird auch gut sein. Natürlich wird der größte Anteil AJ Styles sein. Das Roman Reigns dabei ist natürlich nicht super, dass Roman Reigns wieder ein Main Event kriegt, ist natürlich nicht super, er hat es nicht verdient, ganz einfach, mit Kader, mehr nicht. Aber das habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gesagt, deshalb will ich es nicht weiter ausholen. Das habe ich ja schon bei der WrestleMania Review schon richtig rausgelassen. Aber, es ist die Frage, was passiert? Was passiert bei diesem Match? Bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, weil es einige Theorien gibt. Es könnte natürlich sein, dass Roman Reigns AJ Styles klingelt, nichts passiert. Es könnte natürlich sein, dass AJ Styles Romance klingelt und damit Titel gewinnt. Es könnte natürlich sein, dass AJ Styles durch Eingriff den Titel gewinnt. Es könnte natürlich sein, dass der Bullet Club quasi mit AJ Styles an Anführungen gehen könnte, wo entweder Romance gewinnt, trotzdem, oder AJ Styles den Titel hat gewinnt, oder es kommt Baylor dazu, der einfach Roman Reigns attackiert, dadurch gewinnt AJ Styles den Titel und AJ Styles ist Champion und Roman Reigns ist raus. Es könnte natürlich sein, dass Finn Balor AJ Styles attackiert und dann gibt es die vierte Styles gegen Baylor und Roman Reigns bleibt weiterhin Champion. Also, es gibt so viele Theorien und ich kann nicht sagen, was wirklich passieren wird. Deshalb würde ich jetzt eher mal sagen, was denke ich, was passieren wird und was wäre gut, wenn es passieren würde. Ich hoffe, dass AJ Styles diesen Titel gewinnt. Deshalb tippe ich auch auf Styles, ist sehr, sehr gewagt, ich weiß, aber ich bin Styles Fan, ich mag Styles und ich hoffe, dass Styles den Titel gewinnt. Das hat er sich absolut verdient und natürlich mehr als Roman Reigns, das ist auch klar. Und ich glaube auch, dass der Baylor Club kommen wird. Also, Finn Balor wird debütieren bei NXT, ach, bei NXT, bei Payback, glaube ich schon. auf jeden Fall, wenn Luke Gallows und Karl Anderson eine Rolle spielen. Die Frage ist halt nur, werden sie halt mit dem Baylor Club kommen, wo sie Roman Reigns vielleicht ablenken werden, dadurch AJ Styles den Titel gewinnt oder, dass halt Finn Balor Styles screwen wird. Ich will auf jeden Fall so haben, dass Styles gewinnt und dass dann Baylor eventuell entweder mit Roman Reigns fädet und Styles hat eine andere Titelfäde hat oder dass Roman Reigns raus aus dem Titelgeschehen ist, in die Mid-Cut kommt und dann um den WWE World Heavy World Title Finn Balor gegen AJ Styles geben könnte. Und das wäre das geilste Szenario, wenn es wirklich diese Fede geben würde um den World Title. Das wäre das geilste Szenario, weil ja Finn Balor ja anscheinend sehr, sehr stark gepusht wird. Hoffe ich natürlich sehr für ihn, aber wir werden es ja sehen, was passieren wird. Deshalb tippe ich hier auf AJ Styles, Karl Anderson, Doc Ellis, wenn eine Rolle spielen und ich tippe zu 80%, dass Finn Balor auch kommen wird. Na, je nachdem. Ich habe gesagt, vor dem Titelverlust habe ich gesagt 50-50. Jetzt, dadurch, dass er einen Titelverlust hat, sage ich 80-20. Ich tippe zu 80%, dass er kommen wird. So ist meine Einschätzung und das ist quasi meine Preview zu WWE Payback 2016. Ich bin mehr gehypt auf Payback tatsächlich als auf Wrestlemania und da spielt der Grundhype keine Rolle. Also mit dem Grundhype zusammen ist natürlich Wrestlemania höher. Ohne den Grundhype freue ich mich mehr auf Payback. Also wenn ich mich alleine die Kart ansehe. Es sind auf jeden Fall frische Ansetzungen. Die letzten vier Raw-Shows waren gut. Also im Durchschnitt waren sie gut. Haben mir super gefallen. Konnte ich nicht so krass viel meckern wie bei Wrestlemania. Fäden machen teilweise echt Sinn. Wenn ich mir so ganz überlege, natürlich Kalisto gegen Ryback macht nicht so viel Sinn. Aber Baron Corwin in die Segler. Das tagt den Titelmatch. Jericho gegen Ambrose. Zang gegen Owens. Miss gegen Cesaro. Charlotte gegen Natalya. Vielleicht ein bisschen weil wie Natalya in Hamburg und Konnte. Da weiß eigentlich keiner. Obwohl man kann ja sein Natalya Charlotte besiegt. Deshalb macht es schon irgendwie Sinn. Und Styles gegen Romance macht natürlich auch Sinn. Weil Styles hat in Hamburg und Konnte. Da Chip um den WWE-Waterweight-Titel gewonnen hat. Also es macht schon alles Sinn. Wie man es alles gemacht hat. Finde ich sehr cool. Und deshalb freue ich mich mehr auf Payback als auf Wrestlemania. Mit dem Grundhype ausgeschlossen natürlich. Mit dem Grundhype natürlich Wrestlemania. Aber das habe ich schon vorher erwähnt. Und ich denke auch dass Payback ein guter Pay-Per-View sein wird. Ob es wirklich gut oder schlecht wird. Das werden wir natürlich am Montag erfahren wenn ich die Payback Review mache. Gut. Soviel dazu. Dann natürlich ganz am Ende damit nicht der Patrick sagt Hä? Ich habe es vergessen. Der B-Pointed Common Championship steht natürlich wieder mal auf dem Spiel nachdem bei Wrestlemania der Kiffy bzw. Patrick erneut den Titel verteidigt hat. Er ist ja seit dem Royal Rumble Champion und auch der Einzige der es geschafft hat diesen Titel zu gewinnen. Mal sehen ob ihr noch Konkurrenz machen könnt. Natürlich spielt nicht nur der Pay-Per-View die Rolle sondern auch die letzten Wochen also von Wrestlemania bis Payback quasi bis zur Payback Review. Also ihr habt noch die Chance diesen Titel noch zu gewinnen. Mal sehen ob der Kiffy es nochmal schafft oder Patrick bzw. nochmal schafft den Titel zu verteidigen. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall ihr könnt euch dafür bewerben um den B-Pointed Comment Championship. Gut. Da würde ich mal sagen wir enden ich dieses Video und sagen wir bis zum nächsten Mal haut rein und Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020